Hallo Lieben, es ist Samstag. Gestern habe ich es nicht geschafft, mein tägliches Werktagsvideo aufzunehmen, denn mein Nachmittag war familienbestimmt, was total schön war. Und von daher habe ich auch gar nicht so viel gemacht gestern. Ich muss kurz mal überlegen, was ich gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall super viel wieder für meine englische Autorenplattform gemacht und ich habe ein bisschen am Sachbuch gearbeitet und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, was ich gemacht habe. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil das irgendwie zeigt, dass ich mich so ein bisschen... Ich merke es gerade tatsächlich sehr extrem, dass mir das Autorinnenleben so sehr viel im Kopf herumkreist und hier ist die Polizei direkt vor mir. Also die sind nicht wegen mir hier, aber die machen hier was mit einem Auto. Das ist ein bisschen schräg hier aufzunehmen, aber ich bin noch nicht wegfallen. Genau. Und ich finde das aber total wichtig, zwischendurch mal so komplett den Fokus zu shiften sozusagen. Also nicht die ganze Zeit nur auf das Autorinnensein, den zu halten, weil ich gerade auch merke, ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viele Apps auf meinem Handy, wo ich irgendwas mit checken kann. Also irgendwelche Werbeanzeigen-Apps. Genau, das habe ich gestern gemacht. Ich habe mich ziemlich viel mit Werbeanzeigen nochmal beschäftigt, mit Facebook-Werbung. Ja, und das ist so eine krasse Abdenkung. Genau, die werde ich jetzt, glaube ich, alle mal wieder runterreißen. Und weil ich halt so viele Sachen habe, die ich ständig checken kann, ist das... Ja, wird mir das zu viel in meinem Kopf. Also das ist einfach so viel. Die ganze Zeit halt dieses, ich beschäftige mich mit diesen vielen Sachen und die kreisen mir in meinem Kopf herum und lassen mich überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Und das ist ein extrem unruhiger Affengeist. Finde ich tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und genau deswegen finde ich es ganz cool, mal so komplett abzuschalten, mich mal komplett was anderem zu beschäftigen. Heute war ich zum Beispiel bei einem Garteneinsatz und habe ganz viel Bäume beschnitten und verwelkte Blumen aus dem Boden gerissen, Schubkarren gefahren und das hat unheimlich gut getan. Dann war ich Longboard fahren und jetzt regnet es. Aber genau, ich hoffe, ihr habt auch einen entspannten Samstag und tut etwas, um euch eure Träume zu erfüllen. Macht's gut, bis Montag!